Das ist mir übrigens wirklich jetzt aufgefallen, ich habe ja Kombiprüfung gehabt, Psychologie mit Soziologie und da ist mir wieder aufgefallen, wie unglaublich uninteressant ich Soziologie finde. Sie beschäftigen sich weder mit der Menschheit als Gesamte, noch mit dem Leben zwischen Mensch und Mensch, sondern mit sowas Gesellschaft. Also ich war da nach der Prüfung wieder total happy, dass ich Psychologe bin. Ein herzliches Hallo allen Freunden und Freundinnen des gediegenen Gesprächs. Wir begrüßen euch recht herzlich zur ersten Ausgabe des Sovi-Stammtisches und dieser Sovi-Stammtisch, das sind heute wir, Diego Campagna, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Diego Campagna. Ja, hallo. Erstmals in deinem Podcast richtig ausgesprochen. Ja, in der Tat, in der Tat. Schönen Dank. Okay, diesen Genuss möchte ich dann auskosten. Gleich nochmal, Diego Campagna, Techniksoziologe aus Berlin. René Lenard, euch wahrscheinlich eher bekannt als der Sonntagssoziologe, gerade aus Bielefeld. Hallo. Mit uns zusammen. Und meine Wenigkeit, Thomas Jakubowski, auch aus Bielefeld, Mediensoziologe. Und Radio, Radiomensch, müssen wir dazu sagen. Und ein Radiomensch, denn ich bestehe zur Hälfte aus Radio. Und deshalb habe ich nämlich meinen, meinen, meinen angestammten Moderationsplatz geräumt für den Profi. Weil was ist denn jetzt noch? Ja, klar. Ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, wenn jemand, wenn jemand auftaucht, der zur Hälfte aus Radio, Radio bestellt. Ich meine, was will man machen? Was will man machen als ein Pflaster? Aber wir können dann nicht jetzt schon offenbaren, dass wir besoffen sind. Nein, also ich habe bis jetzt nur Wasser getrunken und ich werde auch dabei bleiben für den Abend. Gut, ich habe auch hier ein Wasser, aber praktisch mit Schuss, denn es ist Kohlensäure drin. Wow. Und ich habe einen Malzkaffee. Hervorragend. Die richtige Stammtischausrüstung? Das ist, das geht nicht. Da müssen wir dran arbeiten. Also in normalen Stammtisch-Podcasts beschreiben die immer ihre Biersorten. Dann könnte, wäre mein Vorschlag, zumindest das zu beschreiben, was wir haben. Also ich habe einen Karo-Kaffee, Malzkaffee. Ich habe ein Sprudelwasser, Klassik. Ich habe ein Glas Leitungswasser. Berliner Leitungswasser. Bist du so ein Leitungswassermensch? Ja, doch. Ja, absolut. Ich wohne im vierten Stock ohne Fahrstuhl und da, naja, überlegt man sich dann zweimal. Also Altbau, vierter Stock, das sind schon viele Stufen. Du weißt doch schon, dass die da die Östrogene nicht richtig rausfiltern können und man deshalb zeugungsunfähig wird. Aber du hast ja schon ein Kind. Ja. Zum Glück. So ist es. Also kannst du Leitungswasser trinken, bis du schäckig bist. Ja, so ist es, genau. Und wir haben uns ja praktisch auch nicht ohne Anlass versammelt, sondern wir wollen uns etwas unterhalten und zwar über ein Thema, ein kleines Thema. Was ist Soziologie für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wo wahrscheinlich auch 90 Prozent der Soziologen selber zugehören, jedenfalls nicht endgültig eine Antwort darauf haben. Und die Psychologen schon gar nicht, so wie wir im Vorspann den Herrn Bartoschek gehört haben. Herr Doktor Bartoschek ist in der Podcastszene nicht irgendwer, sondern der Michael Jackson, der podcastenden Psychologen, wenn man so will. Und das hat mich nämlich bestürzt, dass er diese, aber okay. Aber diese Verwirrung, was jetzt Soziologie eigentlich sei, ist ja vielleicht gar nicht so unberechtigt. Oder, oder, oder könntet ihr jetzt spontan jetzt irgendwie eine Antwort darauf geben, wenn, wenn, wenn euch dieser Herr Doktor Bartoschek gegenüber stände und fragen würde, ja, was soll denn jetzt Soziologie eigentlich sein? Naja, er hat ja gesagt, er hat eine Prüfung abgelegt drüber, eine Kombi-Prüfung. Dann hoffen wir doch, dass er das kann und weiß. Aber es ging ja hauptsächlich um Gesellschaft. Dieser Gesellschaftsbegriff war das Problem. Bei, 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 bei. Für den Herrn Bartoschek. Für einen Doktor Bartoschek. Ach so, du musst auch dazu sagen, Doktor Diego Kompagna. Legst du viel Wert auf deinen Titel? Ich lege viel Wert auf Diegos Titel. Denn es ist auch, glaube ich, viel wichtiger, dass andere viel Wert drauf liegen, als man selbst. Denn es gibt ja den Soziopod und die haben auch einen Doktor. Und der Psychotalk, die haben auch einen Doktor. Oha. Das ist also der Grund, weshalb ich da nachgelegt bin. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Also das Thema unseres heutigen Treffens, unseres heutigen virtuellen Treffens und Gesprächs ist tatsächlich sehr ambitioniert. Also ich saß mal in einer Kommission, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf jetzt so, also nur unter uns gesprochen, in einer Berufungskommission für eine, ja für ein Lehrstuhl in der Soziologie. Und da war dann eine Frage, die alle Kandidatinnen und Kandidaten dann erhalten haben. Was verstehen sie unter Soziologie? Und das war wirklich mit Abstand, ja das, wie soll ich sagen, die enttäuschendste Performance von allen eigentlich. Und ich kann mich erinnern, die einzige so halbwegs befriedigende Antwort war die, ich weiß auch jetzt nicht mehr von wem sie stammt und selbst wenn ich mich noch erinnern könnte, dürfte ich sie jetzt auch nicht sagen. Aber das war die, der Wissenschaft des zweiten Blicks, das hatte irgendwie halbwegs noch Sinn gemacht. Ansonsten ging es halt sehr stark so in die Richtung, naja, eigentlich weiß man es auch erst, wenn man es tut. Und es gäbe ja so gesehen keine Definition, weil je nachdem von welcher Rate aus man betrachtet, also den Gegenstand betrachtet, von welcher Theorie aus, unter Anwendung welcher Methoden würde man ja auch zu ganz unterschiedlichen Definitionen kommen. Also im Grunde haben sich alle gewunden und irgendwie da so versucht, so gut es ging herauszureden und diese Frage im Grunde nicht zu beantworten. Was ich aber im Grunde den Kandidatinnen und Kandidaten auch nicht verdenken kann. Weil wir es ja genauso tun hier gerade. Ja, ja, in der Tat. Ich glaube, es gibt doch keine allgemeingültige Definition, oder? Die dann, von der wir annehmen könnten, dass sie alle Soziologinnen und Soziologen mit ihr einverstanden wären, oder? Wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Allein, wenn man schon diese, dieses, sage ich mal, ja, diese Intuition folgt, ja gut, Soziologie, da geht es irgendwie um die Gesellschaft, beziehungsweise irgendwelche Prozesse in der Gesellschaft. Schon da gerät man ja in seine Grenzen, wenn man feststellt, dass entweder also in verschiedenen Theorien dieser Begriff der Gesellschaft ganz unterschiedlich aufgefasst wird, als Gesellschaften oder auch, wenn Theorien sprechen, es gibt gar nicht mehr Gesellschaften, es gibt nur eine Gesellschaft. Oder gar einfach, dass es, also das ist, man, dass Theorien auch davon aus, also gar keinen Gesellschaftsbegriff überhaupt benutzen. Naja, aber ich meine, was wir machen könnten, ist, dass wir vielleicht auch so erstmal anfangen könnten, was für uns jeweils sehr persönlich das bedeutet oder bedeutet hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass jeder, der oder die Soziologie, ja, in gewisser Weise mit einer, ja, mit einer gewissen Portion Leidenschaft studiert hat oder vielleicht dann auch im Anschluss des Studiums betrieben hat, dass jeder mal so ein, dass es zumindest so einen, wie soll ich sagen, eine Phase gegeben hat, in der dann doch das halbwegs evident geworden ist oder wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, darum geht es, das ist das, was mich jetzt hier antreibt. Also das ist jetzt quasi das Erkenntnisinteresse, das ich glaube, durch die Beschäftigung mit dieser Wissenschaft befriedigen zu können und dieses Erkenntnisinteresse quasi zu umschreiben, das ist ja dann so etwas wie die jeweils persönliche Definition der Wissenschaft, oder? Finde ich gut. Kannst du aber mir nochmal erklären, den zweiten Blick, mir und allen, die jetzt fragen, dastehen, weil du hast ja den in den Raum geworfen als akzeptable Erklärung. Da können wir jetzt die Hörer nicht einfach so, den Hörerinnen einfach so dastehen, mit Fragezeichen stehen. Ja, also ich glaube, ich glaube, Thomas kann das, kann das besser erklären. Du findest dich genauso. Hast gut gelernt in der Kommission. Ja, nein, nein, nein. Zur Frage weiterrelegieren. Ja, also wenn, wenn ich jetzt aus, wenn ich jetzt mit dieser, mit diesem zweiten Blick was beschreiben sollte, das ist vielleicht wirklich dieses, in der Systemtheorie bei Luhmann heißt es die Beobachtung der Beobachtung. Wir beobachten Leute, Leute ist auch wieder, ah, ist ein schwieriges Wort. Ja, man beobachtet, ja, man beobachtet beim Beobachten. Das können wir aber vielleicht schon festhalten, wenn ich mal dazwischenfahren darf, dass die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören und sagen, haben bestimmt die Vorstellung, dass man so mit Menschen was zu tun hat. Und da ist es ganz gut, dass du gesagt hast, Leute sind ein Problem für uns Soziologen. Weil wir die nämlich nicht zwangsläufig beobachten. Naja, also doch, wir können schon sie beobachten. Ja, wir können, aber wir müssen nicht. Oder? Ja. Wir haben Psychologen, müssen die Gehirne beobachten. Ja, vermutlich. Es geht ja auch gar nicht so sehr um das, was in Gehirnen passiert, sondern mehr oder weniger das, was passiert, wenn zwei Gehirne, wenn man so will, in ein Verhältnis zueinander treten. Und diese Prozesse, die dann beginnen, die ja im Prinzip keinem dieser beiden Gehirne mehr zugeschrieben werden können, die im Austausch zwischen diesen Positionen anfangen zu wirken. Das ist ja das, was wir, glaube ich, dann als das Soziale bezeichnen würden. Ja, aber da sind wir ja schon wieder weg von dem Vorschlag, den Diego gemacht hat, über unsere persönliche Schiene zur Soziologie zu kommen. Weiß ich gar nicht, ja. Für mich hat das schon eine Rolle gespielt. Es ist doch diese Frage, die im Raum steht, wir gehen durch die Welt und Leute draußen verhalten sich sehr merkwürdig, wenn man einfach mal durch das. Es treten immer Verhaltensweisen auf, die schwierig zu verstehen sind, oft. Oder wenn man mal genauer hinschaut, dass man sie schon versteht, aber eigentlich sie trotzdem relativ wirr wirken. Aber wir fühlen doch auch, dass es nicht mehr ausreicht, wenn wir uns Einzelpersonen angucken und dass das Erklärungspotenzial für das, was wir da sehen, für das, wie sich Menschen verhalten, nicht mehr aus Einzelpersonen schöpfen können, sondern dass es einfach mehr eine Rolle spielt. Und also für mich war das schon so ein Zugang zur Soziologie. Einfach auch dieses Verständnis dafür, was passiert da eigentlich? Natürlich dann zu Beginn noch nicht so ausdifferenziert, aber dieses diffuse Gefühl, dieses Wissenswollen, was passiert mit uns Menschen? Wir merken es ja auch selber, wir sind ja auch, wir sind ja in die Welt geworfen und ganz viel ausgesetzt in diesen sozialen Zusammenhängen. Und wir merken ja auch, dass mit uns was passiert, jeden Tag. Und das finde ich ist, ich glaube, also für mich war das schon eine wichtige Motivation, überhaupt sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und darauf Antworten zu finden. Du sagst, du hast ja gesagt, die Einzelperson spielt nicht so die Rolle, referierst jetzt wieder aber auf dich als auf dich persönlich. Naja, ich glaube auch, diese Abstraktion von der Einzelperson, das ist natürlich irgendwas, was nicht am Anfang steht. Das ist dann, wenn man irgendwie die Theorie, wenn man durch die Theorien streift und dann mit verschiedenen Erkenntnissen aus den verschiedenen Theorien, also Erkenntnisse nicht im Sinne von absoluten Wahrheiten, sondern, sage ich mal, in der Wirklichkeit einzelner Theorien, mit denen man dann konzentriert, dass man dann sowas geht, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand ernsthaft von sich behaupten kann, er hätte die Intuition, dass Leute keine Rollen spielen und schon direkt, ohne irgendwie sich mit diesen Themen zu befassen, schon gleich von sich abstrahiert bei Fragen, die einen selbst betreffen. Also ich glaube, dass ganz viel danach wirklich erst durch das Studium oder durch die Beschäftigung mit der Soziologie dann im Grunde in gewisser Weise die Neugier und die Lust, mehr zu wissen, auch erst in Gang gesetzt werden. Also ganz viele Dinge, die dann als Fragen wahrgenommen werden, erst durch die Beschäftigung mit der Soziologie entstehen können. Und das eben gerade, das ist ja auch ein bisschen so das, was, glaube ich, zumindest mit diesem Ausdruck des zweiten Blickes auch gesagt werden soll, dass das eben vieles, was für selbstverständlich gehalten wird, dann als eben nicht mehr selbstverständlich, sondern als sehr voraussetzungsvoll dann auf einmal erscheint und insofern dann auch unsere Neugierde weckt und das Interesse weckt, das verstehen zu wollen. Also es ist tatsächlich vielleicht ein Fach, vielleicht könnte das auch eine mögliche Charakterisierung der Soziologie als Wissenschaft sein, dass sie umso spannender wird, je mehr man sich damit beschäftigt und dass vieles von dem, was sie eben so reizvoll werden lässt, erst in der Beschäftigung oder durch die Beschäftigung mit ihr sichtbar werden und erkannt werden von denen, die das betreiben, die das machen. Also das trifft 100 Prozent auf mich zu. Als ich angefangen habe mit, gut, ich habe ja Sozialwissenschaften studiert in Duisburg, aber da ist das Sozialwissenschaften-Konzept auf Diplom ein anderes gewesen als an vielen anderen Hochschulen. Da war Sozialwissenschaften quasi Soziologie. Wenn du dich dafür entschieden hast, du konntest wählen zwischen Politikwissenschaften, Soziale Arbeit und Soziologie. Und ich wusste nicht, was Soziologie ist und war einer der, die sozusagen verkappte Psychologen waren. Ach warte, das heißt, du wolltest eigentlich Psychologie studieren? Ja, ich hatte das technische Fachabitur durch meinen Vorberuf und habe dann überlegt, was studiere ich? Und habe nichts gefunden, außer technische Berufe. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, Sozialwissenschaften, schnell einschreiben, bevor die das wieder zumachen. Also ich habe zuerst Politologie gemacht, weil ich ungefähr wusste, nee, wusste ich auch nicht, aber das hat mir mehr gesagt, aber das war so tagesaktuell immer und man musste so große Zeitungen lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Soziologiestudium nicht lesen muss. Im Gegenteil. Aber die Zeitungen, die du in Politikwissenschaften lesen musst, die sind so groß, dass du sie, also ich bin so 1,89 und wenn ich die Zeitung aufklappe, das ging nicht. Also die waren so groß, die Zeitungen, dass ich die nicht aufklappen konnte mit ausgespannten Armen. Und da habe ich gesagt, das studiere ich nicht. Und Soziologie war so schön in meiner Wahrnehmung angestaubt. Also da hat man Leute aus dem 18. Jahrhundert gelehrt bekommen. Das war so weit weg von dem Stress des tagesaktuellen Geschehens, dass Bundeskanzlerin das gemacht hat und das. Also man war zumindest am Anfang so in so einer behüteten, verstaubten Denke, hatte ich so den Eindruck. Und dann waren aber die so wissenschaftstheoretische Professoren, die immer gesagt haben, dass Soziologie wäre keine Wissenschaft. Und ich war da sehr, sehr verunsichert am Anfang. Ging das euch auch so? Oder wusstet ihr gleich? Also ich kam quasi zur Soziologie, ohne es zu wollen, wirklich zu wollen, sondern mehr so durch Negieren aller Sachen, die für mich nicht in Frage kamen. Und in der Soziologie dann selbst habe ich gehört bekommen, das ist keine Wissenschaft. Nur Naturwissenschaft ist Wissenschaft. Also nicht von den Soziologen, aber ich habe mich auch viel in Philosophiekurse gesetzt. Und ich war völlig aufgelöst und wusste mit meinem Leben nicht mehr viel anzufangen, weil ich nicht wusste, was ich da studiere. Am Anfang. Bis dann, aber das verrate ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier diese Auseinandersetzung führen wollen zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Nee, komm, ich sieht mal, habe ich hier auf dem Terminplan gesehen. Wobei ja Sozialwissenschaften so eine Mittelstellung einnehmen eigentlich zwischen diesen beiden. Aber was du sagst, ist zu den Politik mit diesem Tagesaktuellen und dieses leicht Angestaubte bei der Soziologie, ist vielleicht, also das ist ja nicht nur zufällig. Dieses, gerade Soziologie hat in meinen Begriffen, hat natürlich auch tagesaktuelle Projekte, aber oft auch eben nicht, weil die Perspektive eigentlich einen Schritt zurücktritt. Es geht nicht so sehr um das, was jetzt auf der Phänomenebene gerade aktuell alles passiert, sondern um die Strukturen, die dahinter liegen, die das verursachen, das passiert, was passiert in sozialen Prozessen. Und auf dieser Ebene ist denn vielleicht dieses Tageaktuelle auch gar nicht mehr so relevant, weil es ja im Prinzip nur noch die sichtbaren Konsequenzen dieser Strukturen, die da im Hintergrund sind. Also sozusagen der Inhalt der Form, der sich wechselt. Im Prinzip. Es wechseln Parteien, ja, das kann man sich angucken, aber warum Menschen das überhaupt so gestalten, diese Form, die bleibt ja. 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 Ich will noch, damit der Schwermut hier nicht zu viel Genüge getan wird, Ich wurde dann sehr glücklich mit der Soziologie, weil ich Georg Simmel kennenlernen durfte. Oh, eine späte Liebe dann. Ja, den 19. bis 20. Jahrhundert. Und der hat halt von der Trennung von Inhalt und Form geredet und nicht von der Gesellschaft, sondern von Vergesellschaftlosung. Und für ihn war Soziologie eine Wissenschaft des Dazwischens. Und als ich den Aufsatz von Simmel gelesen habe, über die Soziologie, da war ich befreit. Es war wirklich eine Erleuchtung und dann hat mich auch nichts anderes mehr interessiert. Ich habe ja… Ja, warte, das musst du jetzt ein bisschen genauer erläutern. Was war denn so, das war so der Knackpunkt, weißt du? Also, was hat jetzt so den Knoten durch, wie sagt man, durchgeschlagen? Das ist natürlich jetzt schon ein weichen Herr, aber ich kann mich an zwei Punkte noch erinnern, ob die akademisch korrekt jetzt wiedergegeben, ob ich die akademisch korrekt wiedergeben kann, spielt ja da auch keine Rolle, weil es ja der Punkt ist, an dem ich sagte, aha, das war der eine Punkt, wir beobachten das, was zwischen Leuten ist und können die Leute quasi weglassen. Diese Perspektive kannte ich vorher nicht. So mit einer psychologischen Herangehensweise, das ging nicht. Ich kann doch nicht die Leute weglassen quasi und mir angucken, was die machen. Und der zweite Punkt war der, der dann das aufgelöst hat, mein Problem, was ich mit Naturwissenschaften hatte, also mein Problem nicht, aber mit den Erklärungen der Naturwissenschaftler, mit dem Abwerten der Naturwissenschaftler von Sozialwissenschaften und mit der Distanz der Sozialwissenschaftler, den Naturwissenschaftler gegenüber, dass der Simmel irgendwo geschrieben hat, dass das einfach nur ein Zoom ist. Also du zoomst einfach nur in die Materie rein und bist in der Physik, dann zoomst du raus, bist in der Biologie, bist in der Psychologie und bist in der Soziologie. Das klingt jetzt nicht wirklich wie Jesus, der irgendwie von der Wolke steigt. Aber das als Bild hat mir total geholfen. Gut, es blendet vielleicht ein bisschen aus, dass ich, also diese Theorie, dass ich pro Abstraktionsebene neue, also dass man das gar nicht stufenlos zoomen kann, sondern dass du hast die Biologie, da gibt es eigene Systeme und wenn du auf die Physik runterzoomen willst, dann machst du keinen stufenlosen Zoom, sondern du machst einen richtigen Treppenschritt und musst ganz neue Gesetze dir angucken und so, mit deren du dann nicht mehr die Biologie erklären kannst. Aber dieses stufenlose Zoom, das war für mich, ich weiß nicht wieso, das war für mich eine Erweckung. Obwohl das, ganz simpel, also die werden sich jetzt die Hörer an den Kopf fassen und fragen, ja, und? Aber für mich war das das. Ja, aber ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, weil die Soziologie oft so scheint, halt so eine merkwürdige Gegenstandslosigkeit, weil es ist ja schon dieses Soziale, das ist in dem Sinne eben, wie gesagt, es ist das dazwischen, es ist kein materieller Gegenstand. Und da also die Personen, die miteinander interagieren, das sind das Gegenstand, die kann ich sehen, die kann ich hören, die kann ich riechen, die kann ich anfassen, bloß das dazwischen, das ist ja … Das ist das, was ich vorher nicht, ich hatte, bevor ich Simmel gelesen habe, nichts mit dazwischen gelernt. Ich habe Statistik gelernt, ich habe Umfragemethoden schon gelernt, und ich habe Grundlagen der Psychologie gelernt, im Grundstudium schon, Politikwissenschaft ein bisschen, aber nichts dazwischen. Ja, hätte ich mal aufschreien müssen und sagen, Leute, werdet nicht so konkret, ich verstehe euch nicht, bringt mir mehr dazwischen. Ja, aber dieses, aber das ist doch diese Gegenstandslosigkeit, also beziehungsweise diese Anscheinende, dass es eben halt um einen nichtmaterialen Gegenstand geht, was ja auch, klar, methodologisch einige Schwierigkeiten denn auch mit sich bringt, aber was ja auch bei genauerem Hinsinn auch irgendwo klar ist, oder das vielleicht eher einsichtig ist so, dass man, dass es schon diese Prozesse gibt, dass man menschliches Verhalten nicht allein aus ihren eigenen Motiven und so weiter erklären kann, sondern, dass es immer irgendwas gibt, was im Hintergrund arbeitet, Verhältnisse, in denen sich Menschen befinden, in denen sie agieren und so weiter, und das auch ihr Handeln zum großen Teil bestimmt dann. Also auch ein Verständnis, mit dem ich immer wieder rangehe, ist, wenn Leute miteinander interagieren, interagieren sie nicht nur miteinander, sondern auch mit etwas, was drüber steht, und gleichen ihre Handlung damit ab. Und da kommt die Gegenstandslosigkeit rein, die kulturelle Deutungsmuster zum Beispiel, Interpretationsmuster. Wenn ich irgendein, egal was einer sozialen Situation begegne, gleiche ich die ab mit kulturellen Deutungsmustern. Was stellt mir die Gesellschaft zur Verfügung an Interpretationsmöglichkeiten? Wenn einer mit einer Krawatte kommt, interpretiere ich das, ja, aufgrund von modischen Deutungsinterpretationsmustern und so weiter. Und diese Deutungsmusterebene, die musste ich erst mir überhaupt erarbeiten, um für die Soziologie ein Verständnis zu haben. Denn ich war am Anfang immer bei den Personen und bin auch vor dem Studium ganz stark verhaltensbiologisch an Erklärungen rangegangen. Habe ich irgendeinen Artikel gelesen in der Bild-Zeitung, ach so, die Gene, egoistische Gene steuern unser Leben, alles klar. Und das gibt auch so eine innere Ordnung. Und man weiß, wie die Welt funktioniert. Und das hat die Soziologie total erschüttert. Also ich liebe zwar die Soziologie, ich hasse sie aber auch dafür, dass sie mir viel Lebensfreude geklaut hat. Weil du alles hinterfragst. Und du hinterfragst ja auch das Hinterfragen, so mit dem zweiten Blick. Aber ich finde eigentlich, Diego darf sich nicht drücken an Offenbarung, an Selbstoffenbarung. Ja, wobei, bevor ich zu meiner Selbstoffenbarung komme, möchte ich jetzt kurz was zu der Gegenstandslosigkeit sagen. Weil, als ihr euch darüber unterhalten habt, ist mir natürlich dann, ja jetzt nicht vielleicht als erstes, aber schon recht bald an Dürkheim durch den Kopf gegangen. Emil Dürkheim. Das war Emil Dürkheim genau, also der, in der Tat ja, also einer der Gründer, einer der Gründerväter der Soziologie. Und wenn ich mich richtig erinnere, auch der erste Soziologe mit einem entsprechenden Lehrstuhl. Also der erste, der tatsächlich auch einen Lehrstuhl für Soziologie. Der konnte es verkaufen. Ja, er wusste, genau, ja. Und in der Tat, ich meine, das hat auch etwas damit zu tun, dass er halt eben gesagt hat, von wegen Gegenstandslosigkeit, wir erforschen soziale Tatsachen, soziale Tatbestände. Und er hat sie ja auch verglichen, also das Soziale, die sozialen Normen, das, was das Soziale ausmacht. Also das, was du jetzt, René, sehr schwach mit Deutungsmuster und, ja, Referenzsystem, Sinnstruktur und wie auch immer man das dann auch bezeichnen mag. Das, was du jetzt, glaube ich, als Deutungsmuster, eher so schwach, also sozusagen, also nicht schwammig, sondern sozusagen also als softe, ja auch dehnbare Möglichkeit, die einem die Gesellschaft an die Hand gibt, um mit dem, also mit den Situationen, mit denen man dann konfrontiert wird, umgehen kann. Das hat ja Dirkheim als, also natürlich nicht ahistorisch, also nicht unveränderbar, aber doch in einer jeweiligen historischen Situation einer jeweils gegebenen Gesellschaft als wirklich feststehende Größe dargestellt und hat ja die sozialen Tatbestände, soziale Tatsache ja auch mit, beispielsweise den Aggregatzuständen in der Physik dann auch verglichen. Für den war das Naturwissenschaft. Genau, das war, das war für ihn, also wie du gesagt hast, der Kunstverkaufen unter Umständen tatsächlich wirklich auch ein Kunstgriff, um die Soziologie als Wissenschaft zu etablieren, um sie den Naturwissenschaften, naja, nicht gleich zu machen, aber zumindest so in gewisser Weise sie näher an die Naturwissenschaften zu rücken durch diese Art und Weise der Darstellung. Aber es ist natürlich schon auch wirklich ein anderes, nochmal wieder eine andere Möglichkeit der Sichtweise oder der Leser sozusagen von dem, was Soziologie sein kann, wenn man sagt, es sind eben keine mehr oder weniger dehnbare Deutungsmuster, die wir also so im Sinne eher einer interpretativen Soziologie, sondern also das, keine Ahnung, Interaktionismus, symbolischen Interaktionismus und was es da sonst noch alles gibt, sondern es sind wirklich harte Tatsachen, an die wir uns orientieren müssen, wenn wir in einer gegebenen Situation innerhalb einer jeweiligen sozialen Wirklichkeit auch klarkommen wollen. und ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, welche Beispiele, aber er bringt ja auch Beispiele, so nach dem Motto, das eine ist halt, man könnte natürlich jetzt als Unternehmer so handeln und so Wirtschaft betreiben wie im Mittelalter, aber man würde innerhalb kurzer Zeit dann bankrott gehen. Also man muss natürlich sozusagen den jeweiligen gültigen Erwartungen und Normen, die es gibt, entsprechen, um klarzukommen, um in einer jeweiligen sozialen Wirklichkeit dann auch zurechtzukommen. Also für Dürkheim war es Zwang. Also für Dürkheim, wenn man es ganz platt aussagen will, die Gesellschaft macht die Menschen und die Zwänge, den kannst du dich nicht wirklich widersetzen. Wie Naturgesetze wirken die auf dich. Genau, wie Naturgesetze. Er vergleicht die sozialen Tatsachen, diese sozialen Normen mit Naturgesetzen. Vielleicht können wir an der Stelle, würde ich gerne mal, weil wir haben ja auch Leute hier dran sitzen, die vielleicht mit Soziologie gar nichts zu tun haben, dass man sagt, Dürkheim ist ein Strang von zwei großen Strängen in der Soziologie. Und das ist, wie du sagtest, die Naturgesetzlichkeit, die er tatsächlich gemacht hat, weil früher zu seiner Zeit Wissenschaft, anerkannte Wissenschaft nur Naturwissenschaft war. Und da hat er den Gesellschaftsbegriff, also die Gesellschaft quasi als Materie, als naturwissenschaftlich zu untersuchendes, als naturwissenschaftlich zu untersuchenden Gegenstand gesehen. Wir haben Systeme und Funktionen, also Kriminalität zum Beispiel war bei ihm jetzt nicht, ihm nicht jetzt Menschen, die irgendwie aus der Bahn geworfen werden oder so, aus psychologischen Gründen, sondern Kriminalität hat eine Funktion bei ihm. Nämlich, es ist das Schaufenster der Normen. Normen braucht man, um Systeme stabil zu halten. Und damit die Normen auch allen sichtbar werden, braucht man Kriminelle. Also es ist völlig inhaltslos, was nun kriminell ist oder nicht, das spielt da keine Rolle, sondern es muss irgendwie definiert werden, dass irgendwas kriminell ist. Und das, so diese Funktionsebene, dieses Gebastle, also lauter Schräubchen in einer Gesellschaft, aus ihm entsprang so dieser statistische Zweig. Der wollte Soziologie hauptsächlich erklärend darstellen. Und mit seiner berühmten Selbstmordstudie hat er das dann getan. Da hat er geguckt, warum bringen sich Leute um? Und das wollte er nicht in den Köpfen der Leute finden, sondern so aus sozialen Tatbeständen, aus gesellschaftlichen Gründen. Und da fand er, dass Leute, die nicht gut eingebettet sind in ihr soziales Umfeld, dass die sich öfters umbringen. Also bei Katholiken, die waren recht fest, hatten feste Normen und Werte und waren fest eingebettet. Und die brachten sich nicht so viel um wie die Protestanten, wo die Normen in so einem anomischen Prozess im Vergleich mit den Protestanten verfallen. Und so hat er dann Selbstmord erklärt. Und das war halt was Neues. Aber es ist doch, glaube ich, auch das Interessante, dass natürlich jeder Mensch, der Selbstmord begeht, denn auch, dass wir Dürkheim nichts in Abrede gestellt haben oder hatte auch nicht, dass der natürlich seine persönlichen Gründe dafür hat, warum er sich jetzt selbst umbringen muss, die aber für die große Zahl gar keine Rolle spielen. Weil diese Gründe, wie auch immer sie auffallen, die kamen unter bestimmten sozialen Umständen, kommen die einfach gehäuft vor und manifestieren sich dann in entsprechend hohen Selbstmordzahlen. Ja, und wenn du sagst, oh, den einen heilst du sozusagen von seinem Selbstmordbestreben, dann findet sich einen anderen, der aus dem Fenster spricht. Es muss als gesellschaftliche Tatsache, außer du organisierst im Prinzip diese Gegenmaßnahme zum Selbstmord auch als größere Angelegenheit, auch als sozialen Prozess, der natürlich in seiner konkreten Form auf Individuen einwirkt, aber von seiner Maßnahme her größer angelegt ist auf die Zahl und versucht, die Umstände zu modifizieren, um dann die Selbstmordraten damit mit dieser Maßnahme runterzukriegen. Aber ich glaube, das ist auch ein merkwürdiges Wechselspiel, was da auch immer eine Rolle spielt, dieses zwischen dieser großen, unpersönlichen Zahl und dem Einzelfall. Aber das ist ja der eine Strang und der heute in der statistischen Forschung, in den quantitativen Methoden und in der Systemtheorie mündet vielleicht, wenn man es grob sagt. Und der andere ist Max Weber, der andere große Gründer der Soziologie, der aber nicht so zu Lebzeiten, Diego, du kennst den besser, der war schon erfolgreich, aber nicht so wie Dürkheim, glaube ich, erfolgreich. Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Hatte keinen Lehrstuhl, ne doch, Lehrstuhl hatte er aber für Soziologie. Er hatte einen für Nationalökonomie, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ich denke jetzt nicht, dass man sagen kann, dass er weniger erfolgreich war. Er war, denke ich, auch sehr einflussreich und natürlich auch sehr erfolgreich. Und ich will bloß nochmal den Hörern diesen zweiten Strang und dass die auch mal was lernen, ein bisschen. Also Weber geht ja mehr nicht so von Natur, muss mich aber korrigieren als Weber-Experte, geht nicht so von diesen Naturgesetzlichkeiten aus wie Dürkheim, sondern eher von so einem historischen Prozess. und schaut sich die, ja, okay, dann wenn du jetzt schon Einfluss bist. Nee, ich tue mich halt schwer, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, die so stark gegenüberzustellen, weil wir haben ja schon mal über Max Weber und Dürkheim im Vergleich unterhalten und ich hatte, glaube ich, auch schon mal von der Konvergenz-These berichtet. Also, ja, okay, aber an dieser Stelle kann ich mal sagen, wir haben ja schon mal vier Stunden darüber geredet, bis zwei von uns, dreien, merkten, dass mit ihrem Mikro was nicht in Ordnung ist. Und ich sage mal so viel, ich will jetzt nicht verraten, wessen Mikro funktionierte und wer so weit gebildet war, dass er das schaffte, die Aufnahme hinzukriegen. Also das, ich will jetzt nicht hier outen, Nein, ich will nur so viel sagen. Was war das Letzte, was du jetzt gesagt hast? Ich meine jetzt über Weber, nicht über die Mikros. Nein, ich will den Hörern noch sagen, ich will nicht verraten, aber ich will sagen, Techniksoziologie, wenn man das studiert, oder Medienwissenschaften, schützt nicht davor, falsche Griffe an Mikrofonen vorzunehmen. Das wollte ich noch loswerden, das war mir ein Bedürfnis. Also natürlich hast du, also ich denke, wir finden sowohl bei Dürkheim wie auch bei Weber sehr viele Elemente, die jeweils dem Anderen zugesprochen werden. Aber Weber war doch der Verstehende. Dürkheim hat gesagt, wir erklären und Weber hat natürlich auch gesagt, wir erklären und verstehen in der Soziologie, das ist ja das, was Thomas vorhin gesagt hat, so ein Zwischending, Geisteswissenschaften verstehen, Naturwissenschaften erklären, wobei Verstehen heißt hier nicht nachvollziehen können. Also hast du die Matheaufgabe verstanden? Da hast du die Matheaufgabe nachvollzogen, sondern es heißt, Verstehen im Sinne eines, ja, was meint denn Weber eigentlich mit Verstehen? Der mündet in der qualitativen Forschung, die mehr ins Verstehen und Interpretieren und Nachvollziehen. Nachvollziehen von inneren Beweggründen geht. Und das sind schon, finde ich, zwei sich abgrenzende Eigenschaften, dass das von der Konvergenzthese, von der du gesprochen hast, die sagte ja, dass Weber in seiner Definition schon den Erklärungsbegriff auch mit drin hatte von Dürkheim. Genau so ist das. Ja, aber das kann ja in seinem Kopf so drin sein, das hat sich aber so, glaube ich, nicht durchgesetzt. Ich habe die immer als sehr stark unterschiedlich empfunden und ich glaube, sie wurden auch konträr gelehrt. Ja, sie werden, glaube ich, immer noch konträr gelehrt, aber ich denke, dass es halt eben oft auch einer gewissen Vereinfachung geschuldet ist, die natürlich notwendig ist. Also irgendwo muss man ja anfangen und das macht ja auch Sinn, erst mal in gewisser Weise verschiedene Lager auch aufzuzeigen und vielleicht auch, um das auch stärker voneinander abzugrenzen, dass besser auch so gewisse Profile und Trennlinien auch sichtbar werden, wenn man eingeführt wird sozusagen in ein neues Fach. Aber ansonsten denke ich, dass sie eben so konträr zueinander nicht standen. Also wir finden, ich könnte jetzt einfach ein paar Beispiele machen, wenn ihr wollt. Ja, Diego, Diego, mach uns Beispiele. Also beispielsweise Webers sehr berühmte Protestantismus-These beginnt ja mit einer aus der Statistik stammenden Erkenntnis. Musst du aber ganz schnell sagen, für Leute, die gar nicht damit anzufangen wissen. Also er erklärt den Kapitalismus über die Religion der Protestanten. Ja, also genau. Also er ist der Ansicht genau, dass die Religion, insbesondere der Protestantismus oder bestimmte Sekten, also der Kalvinismus, also einige Sekten, die zum Protestantismus gehören, ja eine besondere Rolle spielt für die Entwicklung des modernen Kapitalismus. Also gut, genau. Und er ist auf diese Idee gekommen, dass der Protestantismus etwas damit zu tun haben könnte, also dass er halt eben eine wichtige Rolle spielt für das Aufkommen des modernen Kapitalismus, als er die Statistik eines seiner Schülers ausgewertet hat, beziehungsweise die Auswertung seines Schülers, glaube ich, erhalten hat, die klar gezeigt hat, dass in den Regionen, in der vorwiegend Protestanten gelebt haben, wirtschaftlich erfolgreicher waren, und als Region in den vorwiegend Katholiken gelebt haben. Das heißt, seine Protestantismus-These, also eines seiner berühmtesten Schriften und seiner einflussreichsten Konzepte, ist hervorgegangen aus einer ganz kruden statistischen Auswertung, einer quantitativen Auswertung. Also allein da sieht man schon, wie Ernst Weber natürlich auch die Statistik genommen hat und quantitative Daten für die Erfassung interessanter und erklärungswürdiger Phänomene in der Gesellschaft. Das ist beispielsweise ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wir bei Weber auch ganz viel finden im Hinblick auf die Bedeutung der Lebensführung in der modernen Gesellschaft dahingehend, dass die Akteure einer modernen Gesellschaft immer weniger in einer gewissen Weise über ihr Leben verfügen und sich immer stärker den Zwängen eben vor allem des Kapitalismus oder einer von Kapitalismus oder von kapitalistischen Prinzipien durchdrungenen Gesellschaft also dass das eben die Mitglieder einer einer also modernen Gesellschaft die vom Kapitalismus durchdrungen ist sich den Zwängen die 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 das nach sich zieht fügen müssen und immer weniger in gewisser Weise auch ein selbst gesetztes ein selbst gestecktes Leben führen können also da sehen wir auch dieses das was sonst Dürkheim in die Schuhe geschoben wird dass die Menschen einer Gesellschaft lediglich Marionetten wären die dann quasi diesen übergeordneten Gesetzmäßigkeiten die das Soziale als als Wirklichkeit so generis wie er das bezeichnet hat also folgen müssen dass genau diesen diesen Aspekt betont Weber ganz stark auch wenn er sich eben der Lebensführung widmet und diesen Aspekten eben insbesondere der der modernen also die Lebensführung in modernen kapitalistischen Gesellschaften genauso sehen wir auch bei Dürkheim dass Dürkheim durchaus auch die Entstehung in gewisser Weise des Individuums an die moderne Gesellschaft knüpft also an eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft die in einer Stammesgesellschaft also in einer Gesellschaft die von mechanischer Solidarität geprägt ist also gut jetzt müssen wir in Dürkheim stärker einsteigen aber auf jeden Fall sagen wir mal in einfachen Gesellschaften wo jeder ganz klar seine Rolle und wirklich auch nur eine Rolle hat also in Gesellschaften die auch von Totalinklusion sozusagen geprägt sind da gibt es gar keine Individualität also auch da sehen wir also wir sehen wir sehen so gesehen auch bei Dürkheim die Thematisierung des ja von so etwas wie dem also von einem Akteur in einer Gesellschaft in einer bestimmten Gesellschaftsform nämlich in einer funktional ausdifferenzierten also modernen Gesellschaft die es ihm erst erlaubt also ihm den Akteur erst erlaubt so etwas wie einen subjektiven Sinn mit dem sich Weber wiederum sehr viel beschäftigt hat hervorzubringen und all diese Punkte all diese Themen werden halt eben in dieser Konvergenzthese diskutiert und ich denke es spricht halt sehr sehr vieles dafür dass wenn man genauer hinschaut die Unterschiede zwischen Weber und Dürkheim dann eben relativ klein sind und es wirklich eher sozusagen eine eine Wahl der Perspektive war die sie unterscheidet aber im Detail also was was dann letztendlich die Diagnose im Detail betrifft sehen sie sich in sehr sehr vielen Punkten sehr sehr nah haben nur nicht lang genug gelebt um sich zu begegnen sozusagen wahrscheinlich aber das ist aber das finde ich doch das ist doch finde ich auch ein interessanter Punkt bei dem wir jetzt irgendwo stehen diese diese sag ich mal dieser Zwangscharakter den den Soziales irgendwie auf auf Einzelpersonen ausübt den der ja sowohl bei Dürkheim vielleicht in etwas stärker ausformulierter Form auftritt aber auch der bei Weber eine Rolle spielt und das ist doch auch die Erkenntnis die dahinter steht und auch was die Soziologie dann relevant macht was sind diese Zwänge also diese Zwänge zu erforschen denen wir uns aussetzen als 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 Wesen die in sozialen Zusammenhängen sich bewegen und sie uns wenn man so will auch in dem Sinne halt wenn wir die uns erkennbar machen und in dem Sinne auch verfügbar machen und da sind wir auch bei einem Theoretiker der wahrscheinlich wahrscheinlich der Soziologe ist der auch außerhalb der Soziologie bekannt ist Karl Marx achso ich dachte du wolltest jetzt zu Luhmann dachte ich auch da lag ich jetzt total falsch hast du voll den Tiss noch hingekriegt wir sind so geflecht wir müssen uns erstmal holen irgendjemand von euch schlägt immer aufs Mikro das ist zwar zeigt Engagement aber ich als technischer Hausmeister kriege dann Probleme hier bin ich das wahrscheinlich bei Max Weber hast du immer wumm wumm jede These mit einem Fauststack nein nein mein Mikro ist also ich erreiche das gar nicht der ist sozusagen für mich physisch gar nicht erreichbar aber ich schlage da drauf ich hab ja irgendjemand schlägt aber sei ihm gegönnt ich hab bei Karl Marx nämlich die die akustische Geste ich mach ja mal so kleine Videos auf YouTube ganz vereinfachte Soziologie und da schimpfte schon mal der eine oder andere wenn ich da Karl Marx erwähnte aber man kommt in der Soziologie nicht drum rum weil sich alle auf den beziehen Karl Marx hat ja eine merkwürdige Position er hat ja auch mehr oder weniger Soziologie ist ja eine sehr junge Wissenschaft und hat so in dieser ja auch in dieser Anfangszeit gewirkt und sich wahrscheinlich auch selber nicht als Soziologen verstanden auch nicht als Marxist er hat abgelehnt ein Marxist zu sein ja ja Ökonomen war er halt aber wie 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 im Gegensatz zu zu unserem zu Frankreich und Deutschland ja wo die Soziologie erfunden wurde haben in England lange lange in dieser Zeit die Ökonomen weiter die Gesellschaft erklärt was ja immer funktioniert solange die Ökonomie funktioniert aber ich hab dich unterbrochen ich wollte gar nicht unterbrochen ne aber es ist ja auch ein wichtiger Punkt also auch bei Karl Marx der ja auch denn gerade vieles viele soziale Sachen eben aus den materiellen Grundlagen einer Gesellschaft erklärt die materiellen Grundlagen die Verteilung in seinem Sinne von von den Produktions Produktionsmitteln beeinflusst inwiefern sich dieses Soziale dann konkret zu erkennen gibt auch also es gibt ja auch so eine Trennung zwischen Produktions zwischen der Produktionskraft und den Produktionsmitteln und diese Verteilung dieser beiden sag ich mal dieser beiden Kräfte definiert oder auch dieses Verhältnis dieser Kräfte zueinander definiert dann auch wie die Gesellschaft funktioniert in seiner Theorie ist das dann alles auch immer von Klassenkämpfen ähm äh 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 drückt sich Gesellschaften immer in der Klassenkämpfen und haben sich immer in Klassenkämpfen ausgedrückt die dann über die Geschichte sich immer weiterentwickelt haben im Sinne von verändert also von der Sklavenhalter Gesellschaft wo es die wo es die halt die Sklavenhalter und die Sklaven gab hin zu einer Fondalgesellschaft hin zu einem Kapitalismus und so weiter ähm man muss sagen in dem Sinne ist ja ist ja Marx eigentlich ist ja ist ja Marx in gewisser Weise schnöder Determinist so in seinem was er da betrieben hat ähm nennt sich nennt sich ja historischer Materialismus also die die feste Abfolge feste geschichtliche Abfolge aus den aus den materialistischen Grundlagen heraus die auch irgendwie die die auch einem festen Sätzen folgt in ihrer Entwicklung und und deshalb war der so sicher dass der Sozialismus kommt weil alles einen historisch vorgezehnen Verlauf hat genau würden wir heute nicht mehr so teilen und die Hörer wahrscheinlich auch nicht genau und aus dieser Perspektive ist dann weil das natürlich dann auch in der in der marxistischen Tradition ja nicht unentdeckt geblieben ist dass der Sozialismus nicht die Welt irgendwie formt ist dann auch die Frankfurter Schule entstanden die praktisch jetzt wo wir denn auch bei der den aktuellen Kritische Theorie Frankfurter Schule Nennen wir ein paar Namen das unsere einordnen können Horkheimer und Adorno als Gründer aber auch Benjamin Marcuse Habermas wird das ist zwar ein bisschen strittig aber zum großen Teil wird er dazu gezählt dass man ihn auf jeden Fall in der Reihe nennen kann wobei seine genaue Zugehörigkeit dann umstritten ist aber ja aber genau und bei der kritischen Theorie spielte dann auch die Psychoanalyse eine Rolle wo wir im Prinzip genau wieder bei unserem Ding sind auch diese Wechsel Wechselhaftigkeit beziehungsweise Wechselwirkung zwischen Personen und sozialen Zusammenhängen da dann ausgedrückt der Zwölfenname der Psychoanalyse wo es dann aber auch in der kritischen Theorie explizit darum geht denen die sozialen Zwänge die sozialen Verhältnisse aufzuklären um Menschen in die in die Möglichkeit zu setzen sich von ihnen zu befreien da bist du ja wieder eigentlich bei dem Ursprung der Soziologie die ja als Krisenwissenschaft quasi erfunden wurde weil vor ganz langer Zeit also nicht vor ganz langer Zeit weil zur Französischen Revolution und dann die Industrialisierung kam die Industrielle Revolution so viele Umbrüche stattfanden dass die Erklärungsmuster der Kirche zum Beispiel oder die Standeserklärung es gibt drei Stände den Adel Klerus Bauern oder Bürger dass die nicht mehr griffen und da wurde eine Wissenschaft gesucht die helfen konnte die neue Probleme zu lösen und die Umbrüche waren nochmal um zurückzukommen auf England die waren dort nicht so gravierend die behielten ja die Monarchie weitestgehend bei dass dort die Ökonomen überlebt haben während die Ökonomen in Frankreich und Deutschland also zur Erklärung der Gesellschaft nicht mehr so viel beitrugen glaube ich sehen Ökonomen wahrscheinlich anders wie Soziologen und ich wollte sagen wegen der Krisenwissenschaft das das ist ja auch ein ja ein Streitthema soll Soziologie helfen irgendwas aufzudecken und irgendwie teilhaben an der gesellschaftlichen Entwicklung oder soll sie nur beobachten das war ja die weil du die kritische Theorie erwähnt hast der Streit zwischen Habermas und Luhmann dass Luhmann sagte wir Soziologen beobachten nur aber Luhmann sagte das nicht aus einer Werthaltung heraus sondern seine Theorie sagte man kann es gar nicht also du kannst zum Beispiel das politische System Luhmann mit sein warte mal hier fällt gerade was vom Stammtisch oh und ich habe mir hier muss dazu sagen ich ich habe doch einen Nachbarn der gern bei DSDS gewinnen will und der singt immer und da habe ich jetzt so ein Iglo hier gebaut dass ihr das nicht hören müsst und wenn ich ihr würdet euch an Kopf fassen so ein Iglo ums Mikro aber da fehlt dann die Luft auch noch eine Weile aber das ist auch der Grund wir trinken ja wir sind ja nicht so die Biertrinker und da komme ich dann trotzdem in diese kleine Phase ja 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 gut wobei man sagen muss als Soziologe können wir uns nicht mit Luft beschäftigen wir sind da nicht biologisch aber irgendwann sprichst du dann auch nicht mehr ja dann bin ich entweder abgestürzt oder halt ohnmächtig naja jedenfalls ist das ein ganz berühmter Streit gewesen und ich glaube Luhmann hat gewonnen wie bitte ich glaube Luhmann hat das kann man so nicht sagen das ist die Frage wem man fragt okay Habermas hat gewonnen weil er noch lebt ja die Evolution hat ihn bevorzugt es wurde vielleicht als Anekdote es gibt ja von Habermas gibt es ja auch so eine eine diskursethische Vorstellung die grob natürlich viel komplexer aber jetzt mal grob vereinfacht darum geht dass sich dass sich in der Entscheidungserfindung das beste Argument durchsetzt was dann bei Habermas so sagt man dann auf die Form angenommen hat dass er einfach so lange auf Punkten beharrt hat und so lange weitergeht bis bis andere Leute keine Lust mehr hatten weiter an den Gesprächen teilzunehmen und er praktisch damit durch das bessere Sitzfleisch die diese Diskurse für sich entschieden hat und der siehste hat sich weiter hat er weiter geführt Luhmann ist gestorben über den Dialog ja aber wie kamen wir wir kamen drauf also wir können ja mal abstimmen hier am Stammtisch was hältst du davon ob wir uns als Soziologen jetzt einmischen sollen oder nur beobachten ich bitte einmal um Handzeichen wir können ja einen Aufruf machen auch die Hörer sollen sich melden ob wir uns einmischen sollen oder nicht ja die Frage die der Punkt ist ja dass man sich nicht einmischen kann Luhmann sagt ja wir können uns gar nicht einmischen weil das getrennte Systeme sind die nicht aufeinander Einfluss nehmen können außer sich zu zerstören das das stimmt ich würde sagen das stimmt so nicht es gibt keinen determinierenden Zusammenhang zwischen diesen Systemen ja Steuer Steuer also Steuer dass die sich steuern können du kannst sie irritieren genau du kannst dich irritieren und damit dann hoffen irgendwelche irgendwelche Prozesse auszulösen aber du kannst du kannst das Ergebnis nicht in letzter Konsequenz kontrollieren genau aber um bei der bei der kritischen Theorie zu bleiben erstmal ist ja weil das Interessante an dieser Perspektive ist ja auch dass es erstmal um in gewisser Weise um diesen zweiten Blick geht dass es nämlich genau darum geht wie also dass Dinge die als feste Realität gelten als Realität nur erscheinen aus einer aus aus einem bestimmten Beobachtungswinkel der gesellschaftlich zuvor gegeben ist ist nur die Hinterfragung oder beziehungsweise die Aufdeckung dieser Prozesse die zu diesen Beobachtungsperspektiven führen versetzt uns in der Lage sie zu überwinden damit wäre dann aber auch in der Perspektive eine nicht einmischende Haltung per se gar nicht möglich weil entweder entweder verhältst du dich diesen Zusammenhang gegenüber kritisch oder du bestätigst sie indem du sie einfach als wenn du sagst ich halte mich raus ich beschreibe ja nur aber diese Beschreibung ist sozial durch die 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 Totalität der Gesellschaft verursacht und dann bestätigst du diese Totalität die allerdings keine Naturgesetzlichkeit darstellt sondern gemacht ist und das ist das Spannende daran dass du in dieser Perspektive wenn diese Zusammenhänge oder diese Perspektiven und das was als Realität erscheint und so weiter gemacht ist kannst du dich gar nicht nicht politisch verhalten sondern du verhältst dich automatisch immer in irgendeiner Weise eingreifend Ja danke 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 Thomas weil in der Tat genau das hätte ich auch sagen wollen also jetzt nein ich hätte das glaube ich nicht so gut nicht so gut jetzt auf den Punkt bringen können und auch auch nicht so gut nicht so gut einbetten können ich meine die Einbettung ist ja auch für uns Soziologen glaube ich immer und Soziologinnen auch auch immer wichtig dass halt eben nicht einfach es heißt ja die Weltformel ist A plus B gleich C oder ich weiß nicht was sondern ohne Einbettung gibt es gibt es ja so gesehen auch keine Bedeutung also aber gut wie auch immer auf jeden Fall das 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 also genau das das ist ja auch der Punkt weshalb wenn wenn von der Warte aus argumentiert wird die Frage sich ja gar nicht stellt beziehungsweise also die Frage gar nicht gar nicht in unserer Hand liegt also ja es ist also wenn du Wissenschaft betreibst dann hast du gar keine andere Wahl als dir als sozusagen also als dir klar machen zu müssen dass dass die Erkenntnisse die du die du produzierst die du generierst die immer auch eine politische Komponente aufweisen und immer auch politische Konsequenzen für die für die für vielleicht nicht alle Menschen aber halt eben zumindest einige haben werden um vielleicht dann die Differenz zur Systemtheorie irgendwie doch mal zu illustrieren ist es ja auch ich meine auch Systemtheorie versteht sich ja als Theorie des radikalen Konstruktivismus also Moment also muss ich mal den Anwalt der Hörerschaft spielen ich glaube die hängst du jetzt ab Systemtheorie ich wollte ich wollte sie jetzt gegen diese kritische Theorie kontrastieren also wir haben die kritische Theorie die die auf Marx aufbaut von der Totalität der Gesellschaft ausgeht und sagt wir müssen die verborgenen Geheimnisse von Ungleichheit und so weiter aufdecken um der Gesellschaft dann aus dem Schlamassel zu helfen können das die Hörer und Hörerinnen jetzt mal so annehmen ich weiß nicht ob es darum geht es geht nicht so sehr darum der der Gesellschaft oder so aus dem Schlamassel zu helfen sondern den Menschen in der Gesellschaft durch die Gesellschaft zur zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen weil die Gesellschaft als solche ist ja kein ist ja ist ja kein 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 intentionales kein fühlendes Wesen irgendwie sondern aber sie existiert seit sie ergibt sich halt aus diesen Zusammenhängen die Gesellschaft soll mir ermöglichen ein selbstbestimmtes Leben zu führen genau also die Gesellschaft die Gesellschaft genau die gesellschaftlichen Zwänge sollen so weit offenbart werden dass es den Menschen möglich ist sich diesen oder diese Zwänge zu arrangieren beziehungsweise sich auch über diese Zwänge hinweg zu setzen oder diese Zwänge so zu arrangieren dass sie trotzdem ein selbstbestimmtes Leben führen können ich glaube jetzt habe ich und ein paar Hörer jetzt haben kritische Theorie und jetzt sagst du im Gegensatz dazu Systemtheorie wo aber viele noch gar nicht wissen was das eigentlich ist ich wollte es auch auf diesen Punkt der was auch Diego sagte dieser dass dieses politischen Anteils jeder Entscheidung gerade auch in den Wissenschaften auch der Beobachtungsperspektiven ist vielleicht der Unterschied dass die Systemtheorie auch sagt ja natürlich alle diese gerade Systemtheorie sagt natürlich alle Beobachtungen das ist konstruiert das sind wir haben ja keine Abgleichmöglichkeit mit unseren mit uns mit diesen Bedeutungskonstrukten ob diese wirklich ob diese wirklich was darstellen können warum das so ist ist glaube ich jetzt gerade gar nicht so wichtig das wird auch zu tief irgendwie da reinführen und zu viel Zeit auffressen aber der Punkt ist dass wir eben nicht insofern mit einer Agenda anfangen zu beschreiben die die sagt wir wollen wir wollen wir wollen die Menschen ermächtigen und so weiter sondern wir fangen einfach an zu beschreiben wir haben unsere Theorie die allerdings auch nicht behauptet dass sie die Wirklichkeit darstellt sondern sie ist im Prinzip eine Theorie die durch ihre interne Plausibilität halt ihre Berechtigung bezieht und in dieser fangen wir an die Welt zu konstruieren und wir konstruieren sie in einem Sinne und zwar in einem wissenschaftlichen aus einer wissenschaftlichen Perspektive speziell aus einer soziologischen Perspektive fangen wir an die Welt zu konstruieren und stellen sie zur Verfügung was dann damit passiert das ist anderen System wie zum Beispiel der Politik oder der Ethik und so weiter vorbehalten das war auch glaube ich eins von den Argumenten weil Luhmann hatte immer so bei dieser Diskussion wenn ich mich mal drehe dass er die Argumente die Habermas machte einfach immer in seine Theorie eingebaut hat und gesagt hat ja ja so musst du das auch sagen weil so und so und der Anspruch ist einfach es wird einfach diese Beschreibung produziert und sie steht dann aber auch als Kommunikation anderen Systemen wie zum Beispiel der Politik zur Verfügung und die wird dann damit was machen das ist zwar auch dieses Bewusstsein natürlich ist das alles konstruiert natürlich ist das keine Natürlichkeit der Zwänge die sind gemacht aber es gibt nicht diesen determinierenden Zusammenhang zwischen der Beschreibung die man in einer gewissen Weise anfertigt und dem was sie bewirkt und ich glaube das ist der Unterschied René ist jetzt ist tatsächlich jetzt ohnmächtig nur weil ich mal kein Widerbruch oder niemandem ins Wort fall das ist reine Höflichkeit also wenn ich nicht sage bin ich entweder ohnmächtig geworden die Verbindung ist unterbrochen oder ich bin einfach nur höflich ja okay gut alles klar diese dritte diese dritte wenn man nichts wenn man nichts freundliches zu sagen hatte sollte man gar nichts sagen nein ich kenne mich mit diesen einfach mit diesen Diskurs der ganz Soziologie Deutschland erschüttert hat kenne ich mich aber tatsächlich nicht wirklich aus weil er eigentlich sehr versackt ist inzwischen also Soziologie heute ist ja Anwendungssoziologie wenn man so will ich muss dazu vielleicht als kleiner Hinweis sagen um dass das alles hier auf die Goldwaage gelegt werden sollte ich ich kenne ich habe diesen Scheid auch nie in Primärquellen gelesen ich habe darüber auch nur dieses ich habe darüber praktisch nur das Wissen was man so was man so aufschnappt während seines Studiums und was man dann in einem in einem in einem in einem in einem diffusen Rauschen dem zuordnet was man über diesen einzelnen Theorien weiß um sich dann irgendwie plausible Schlüsse zu zu konstruieren okay aber damals gab es halt das weiß ich auch diese Auseinandersetzung auch um Gesellschaft um 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 Soziologie und die da waren nicht nur die Soziologen betroffen davon das war auch ein ein medialer Zirkus und heute lese ich solche Studiengänge wie angewandte Sozialwissenschaften in Bielefeld wo Bourdieu unheimlich drüber meckert dass wir quasi zum Instrument werden der gesellschaftlichen Verhältnisse und Umfragen machen Organisationstheorien aufbauen die aber alle nur nachfrageorientiert sind und damit reproduzieren die das System halt aber ich würde also nochmal was ist Soziologie vielleicht erinnert ihr euch noch dass wir diese Frage mal gestellt hatten ich erinnere mich jedenfalls dass es Soziologie gibt wie wäre es denn was haltet ihr davon mit Webers Definition oder Webers Definition zu nehmen wie findet ihr die der hat ja Soziologie definiert und die haben wir völlig außer Acht gelassen bislang nicht völlig wenn du sie nochmal kurz ins Gedächtnis rufen möchtest dann Ja oder ist Diego noch beim Diskurs Nein 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 aber ich denke dass wir uns jetzt schon noch ganz geschickt gewunden haben gestellt haben ja ich habe das nämlich wirklich das ich merke das wie wir uns genauso winden wie die Professoren in deiner Kommission jetzt lese ich das vor bitte ob ich das Wort erteilt kriege oder nicht ich lese das jetzt vor ja bitte bitte ok wenn es so ist dann kannst du mich ja nochmal auffordern dass dieses so aber ich bin hier ein bisschen verbaut deshalb muss ich ich glaube wir haben der Diskurs gehört mit zum Thema also dieser Diskurs ist Soziologie wir haben sehr viel genau wir haben sehr viel wir haben sehr viel dazu beigetragen durch unsere Diskussion ein Verständnis aufzubauen für das was Soziologie sein kann und ich glaube das ist auch wertvoller und kommt dem auch näher als seine Definition als seine krude Definition Weber hat keine krude Definition gegeben Nein Nein also klar das will ich Also hier kann ich auch viel abgewinnen aber Max Soziologie soll heißen eine Wissenschaft welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will handeln und dann erklärt er was was handeln bedeutet Ah ja und zusammengefasst noch Soziologie soll nur das soziale Handeln erklären also keine Reaktion keine Schreck Reaktion keine keine Affekte sondern nur das was soziales Handeln ist und soziales Handeln ist alles was sich auf andere Menschen bezieht so so da haben wir also doch die Definition Ich vermute mit dem mit dem ersten Teil könnten sich wahrscheinlich schon noch die meisten die meisten abfinden danach wenn es schon darum geht was soziales Handeln ist wird man viele verlieren die die dann ihre Zustimmung dieser Definition entziehen werden Meinst du jetzt innerhalb der Soziologie oder innerhalb der Soziologie ja weil die weil ich glaube das aber auch unsere das macht aber auch unsere Diskussion deutlich es geht schon es geht schon um diesen Diskurs was ist also halt des sozialen Handelns aber dann stellen sich die Fragen wo kommt dieses soziale Handeln her unter welchen unter welchen Bedingungen es geht zum Beispiel in der Systemtheorie wird man auch nicht mehr wird man dieses 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 Konstrukt Ursächlichkeit ablehnen weil mit mit Kausalität in dem Sinne gar nicht mehr operiert wird und also nichts ist Ursache des Anderen ja es ist also Kausalität im Sinne einer einer Ursache Wirkung Relation aber ich glaube um das Problem nochmal um das Problem vielleicht auch nochmal genauer benennen zu können ist ein Teil dessen auch dass die Soziologie in ihrem Gegenstand den sie irgendwie wenn auch nur diffus vor sich hat aber selber drinnen vorkommt denn die Soziologie ist ein ist etwas Soziales sie ist ein sie ist also sie ist ein sozialer Zusammenhang das beeinflusst natürlich halt die Komplexität des Gegenstandes enorm dass wenn wenn die Beobachtungsperspektive selbst in dem vorkommen soll was beobachtet wird oder Teil des Ganzen sein soll und was natürlich dann auch in der Folge immer wieder zur Revidierung von Gegenstandsbeschreibungen und so weiter und Veränderung von Gesellschaftsbeschreibungen nicht Eindeutigkeiten führt Streit wenn man das so sagen will oder Kontroversen zum Gegenstand führt das ist vielleicht auch warum diese diese Forderung die dann an Soziologie richtet wird wenn man wenn man ein stark naturwissenschaftliches Verständnis von Wissenschaften hat problematisch wird weil eben Naturwissenschaften nicht in ihrem Gegenstandsbereich vorkommen also du meinst die Biologie Biologie vielleicht noch ist weil der Forscher ja vielleicht auch sagt er ist nur ein biologisches Wesen aber die Physik zum Beispiel die guckt sich an wie die Atome rumspringen gucken gucken sich der Forscher steht im Prinzip außerhalb seines Gegenstandsbereichs und das ist in der Biologie auch so auch in der Biologie kann er ein Wesen abgetrennt von sich selber beobachten und das ist ein das ist glaube ich ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Naturwissenschaften aber und Geisteswissenschaften weil Geisteswissenschaften per se damit zurechtkommen müssen dass sie selbst in ihrer Betrachtung vorkommen diesen Umstand müssen sich Naturwissenschaften nicht aussetzen weil also Wissenschaftsdisziplinen an sich ja selbst auch soziale Vorkommnisse sind und nun ja halt der der Gegenstandsbereich der Physik zum Beispiel sind physikalische Geschehen und die Physik selber als als soziales Geschehen ist denn aus diesem Beobacht also es ist ist denn aus diesem Gegenstandsbereich ausgenommen hingegen in der Soziologie die ja sich selber denn auch als soziales Geschehen begreifen muss ist sehr eingeschlossen ja das macht es auch also ich habe einen Vortrag gehört auf YouTube den werde ich mal auch verlinken da ging es um die Kompetenzen von Sozialwissenschaftlern im Beruf und es wäre eine Kompetenz eben diese diese Selbstreflexion zu leisten die viele also die er sagt der Prof der Dozenter dass keine andere Wissenschaft diese Art der Selbstreflexion leistet da wird ein Philosophen wahrscheinlich widersprechen er sagt jedenfalls aber er sagt auch dazu je mehr man in den Beruf kommt desto weniger wird man Soziologe wenn man nicht gerade forscht weil weil die Erfordernisse in der Berufspraxis das Ausblenden der Selbstreflexion erfordern und so wirst du immer weniger zum Soziologen wenn du nicht dich hier an solche Podcastprojekte klammerst und im normalen Beruf tätig bist Ja natürlich also die die Selbstreflexion hindert sich ja am Handeln also es ist ja quasi auch eine immer wieder auch Hinterfragen von Entscheidungen die man unter Umständen fällen müsste um außerhalb von von entsprechenden Forschungskontexten sich in einem Unternehmen beispielsweise dann auch zu betätigen insofern ist die Selbstreflexion so etwas wie ja das Gegenteil von von Effizienz von Effizienz und von proaktivem Handeln in gewisser Weise weil du ja immer wieder auch deine eigenen Handlungen und auch die Grundlage deiner eigenen Handlungen also der Entscheidung die dann dazu führen dass du so und nicht so handelst hinterfragst und insofern hinderst du dich ja selbst am Handeln und am ja wirken sozusagen innerhalb eines Unternehmens ja ich möchte ich möchte doch ich möchte jetzt kurz nochmal den den Begriff der Effizienz in dem Zusammenhang relativieren weil es natürlich halt um eine dann erinnert dich an einer speziellen Form der Effizienz das stimmt ja also wobei wobei halt diese diese Selbstreflexion auf der anderen Seite natürlich die Voraussetzung für für Entwicklung ist ja es kommt drauf an also würdest du würdest du sagen für jede Form von Entwicklung abgesehen von von wenn man so will zufälligen zufälligen Ereignissen die natürlich passieren können aber die sag ich mal dass das revidieren von von festen Zusammenhängen wenn man so will dass dass das im Prinzip eine Wahrnehmung von Realität ist ja in dem Sinne dann denn dass man dass man diesen diesen großen Elementen eine feste Form in ihren Zusammenhang gegeben hat und diese Aufhebung der Zusammenhänge der Veränderung auch gleichzeitig ermöglicht während wenn ich wenn ich mich mit ihrem mit meinem Handeln auf sie beziehen muss dann muss ich sie reproduzieren immer wieder in der gleichen Konstellation ja ja das stimmt aber die Umwelt aber aber weißt du die Umweltbedingungen auch die Umwelt sozialer Systeme also sozusagen auch die das Einwirken anderer sozialer Systeme auf ein auf ein bestimmtes soziales System sind ja auch nicht gleichbleibend also das heißt das System wird hier fortwertig irritiert und kann ja auch aufgrund dieser Irritation sich in gewisser Weise ja auch ja ähm 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 destabilisieren lassen und unter Umständen ja auch auf aufgrund dessen dann auch in in eine in andere neue Richtung bewegen oder ja aber ist nicht diese Destabilisierung denn im Prinzip eine Form also ist die Destabilisierung nicht eine Form der erzwungenen Reflexion ja muss eine Destabilisierung unbedingt eine Selbstreflexion hervorrufen oder kann sie nicht auch ich sag jetzt mal in Anführungszeichen unbewusste Reparationsmechanismen des Systems dann nach sich ziehen die dazu führen dass durch durch funktionale Äquivalente das System dann weiterhin fortbesteht aber halt eben anders als vorher Diego hat recht ist das so ja weil wir wir haben letztens nach dem Training beim also Thomas und ich uns unterhalten und da hast du Thomas mir nochmal in Erinnerung gebracht die Theorie von Kuhn die die antipopperianische Theorie von Thomas Kuhn ja also Popper geht ja von einem Wissenschafts von einem Wissenschaftsbetrieb aus in dem alle frei ihre Hypothesen aufstellen wie verrückt und dann werden die nach und nach ausgetestet was was falsch ist und irgendwann einigen sich die Wissenschaftler drüber was nun der Konsens ist und dann werden neue Hypothesen aufgestellt und das wäre dann der Fortschritt in der Wissenschaft und Kuhn sagt nein so ist es nicht es ist eher so dass sich die Wissenschafts Community geeinigt hat auf ein Paradigma Anomalien auftreten und diese Anomalien entweder ins Paradigma eingebunden werden oder diese Anomalien ignoriert werden aber wenn man was gefunden hat was wirklich Bestand hat tauchen so viele Anomalien auf dass sie nicht mehr ins Paradigma eingebunden werden können und nicht ignoriert werden können und dann sagen die Wissenschaftler Huch und müssen ein neues Paradigma so hast du eine Änderung ein destabilisiertes System was aber immer weiter nach dem selben Prinzip funktioniert nämlich dann ist das neue Paradigma dann gibt es neue Anomalien die nicht eingesortiert werden können ignoriert werden können und irgendwann nicht mehr ignoriert werden können zack neues Paradigma was Diego du hast doch gesagt also es kann eine Umformung und eine Entwicklung geben ohne dass das System an sich destabilisiert wird und hier wird ja wenn Kuhn recht hat das Wissenschaftssystem gar nicht destabilisiert sondern das ist in ihm angelegt dass es halt immer diese Paradigma einen Wechsel gibt und jetzt ist die Frage ob man so einen Wechsel als Irritation oder Destabilisation interpretiert oder sagt das sind ganz normale Effekte innerhalb eines stabilen Metasystems sozusagen ich muss dazu sagen wahrscheinlich sind wir auch gerade mit unseren mit unseren Ebenen durcheinander geraten ich bezog mich jetzt halt auf einer sag ich mal auf so einer auf einer auf eine tiefere Ebene weil wir von also wir sind ja über die Effizienz über ökonomische Effizienz dazu gekommen dass wo ich sagte das ist eine spezielle Form von Effizienz die 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 Reflexion also die durch Reflexion verhindert wird aber ein andere auf wenn man das auf eine eine andere Effizienz bezieht zum Beispiel halt das das entwickeln von von Theorie nicht im ja auch entwickeln jetzt nicht im Sinne von Fortschritt sondern Entwicklung eher von Veränderung dann aber der selbstreflektierende Soldat zum Beispiel ja der kann der kann im Prinzip wenn man das jetzt so der selbstreflektierende Soldat der wird natürlich als Soldat in Standardsituationen sehr ineffizient weil weil er seine Handlung nicht mehr für seine Handlung braucht er ist er auf feste objekte stabile objekte angewiesen allerdings wenn er in Situationen gerät die 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 eben keine Standardsituationen sind die mit denen vorher nicht gerechnet wurde dann gibt es im Prinzip Möglichkeiten entweder er geht er er kann er kann selbstreflektieren und diese diese dieser festen Handlungsmuster die die objektbezogen existieren hinterfragen und auflösen und verändern oder eben nicht was also und das also entweder ist die ist die denn die Folge von dieser von dieser von dieser neuen Situation eine Destabilisierung im Sinne dass eine Hinterfragung stattfindet oder von der Auflösung des Systems in dem halt der der Soldat stirbt weil er die Situation weil er mit der Situation nicht umgehen kann und dann der Tod als Folge eintritt oder vergleichbar also der selbstreflektierte Soldat natürlich das ist auch eine Möglichkeit also das wäre ja das wäre ja auch eine Möglichkeit das wären ja alles Möglichkeiten die allerdings im normalen Verhalten gar nicht vorgesehen sind aber die natürlich solche Situationen auch auflösen können und das meine ich mit mit dieser Destabilisierung weil die Destabilisierung von der ich gesprochen habe bezog sich dann eher auf dieser Ebene des Paradigmas das Paradigma destabilisiert sich und ein neues kommt wenn wir natürlich jetzt eine wenn wir jetzt sagen wie du wie du es beschrieben hast unseren Zoom mit unserem Zoom weiter rausgehen und sagen ja gut das ist aber im Prinzip dieser ständige Wechsel von Paradigmen der gehorcht wieder einer übergeordneten Ordnung dann sind wir wieder dabei okay dann ist diese drüberliegende Struktur wird dadurch nicht irritiert weil das eigentlich zu der Struktur selber gehört aber das wäre im Luhmannssinn das Wissenschaftssystem dann was weiter stabil bleibt wobei wobei auch Luhmann sagt gerade gerade also das Systeme dazu neigen Komplexität aufzubauen und dass gerade wenn eine eine bestimmte Stufe von Komplexität erreicht wird dass die Systeme anfangen sich selber zu destabilisieren weil weil ab einer bestimmten Komplexität ist möglich ist die Grundlage dass die Grundlagen sich sich auflösen oder beziehungsweise die Grundlage destabilisiert werden durch das System selber was ja die einzige Möglichkeit dann wäre so ähm genau ähm aber Thomas ja achso ne wenn du weitermachen willst mach ich wollte dich um was bitten bitte mich ne dann unterbreche ich dich ja genau aber was ich vielleicht vielleicht was aber ich bitte dich danach erinnere mich mal dass ich dich um was bitten will ja ähm aber vielleicht wenn man wenn man das so möchte vielleicht als einfaches Beispiel ähm wenn man äh wenn wenn eine Person irgendwie die hat jetzt ein die hat jetzt Baumaterial für ein Haus ähm sieht die an der Straße liegen und es ist klar also diese die die Realität ist das sind Ziegelsteine und vielleicht irgendwelche Balken die tragende Elemente sind das ist halt für ein Haus wenn man diese wenn man aber diese festen Bezüge auflöst dann könnte es auch für ganz andere Dinge zur Verfügung stehen dann könnte man sich zum Beispiel sagen oh daraus mache ich einen Schrank das nehme ich mit und mache mir einen Schrank daraus weil die brauche ich oder ich mache mir ich fahre gerne Skateboard und baue mir eine Rampe daraus oder ich brauche Geld und bitte diese Backsteine die sind kein Baumaterial sondern das ist ein destruktives Werkzeug ich schmeiße diese Ladenscheibe ein äh und und das meine ich mit äh das meine ich mit äh der Effizienz der der Reflexion jetzt ähm natürlich jetzt auf so einer auf sehr banalen Ebene aber genau Blickwinkelwechsel im Prinzip und dadurch kreativ zu werden und effizient weil man Sachen weil man den Blickwinkel für Sachen die eingefahren sind ändert und dadurch im Sinne der Ziel auffassung das noch effektiver erreichen kann aber das dann ist natürlich die Frage stellt man das Ziel jetzt in Frage oder oder die Mittel was du jetzt sagst ist mehr dass die Mittel in Frage stellen oder den Weg genau und das wäre natürlich dann wahrscheinlich dann würde man die Komplexität wahrscheinlich noch erhöhen wenn man auch Ziele in Frage stellt und so weiter und so weiter das ist nicht gewünscht ja das kann ja nicht also was heißt politisch gewünscht sein das ein gutes Beispiel ist halt dass das alles alles muss alles muss Wachstum machen und wenn man aber man könnte das ja in Frage stellen ob Wachstum denn überhaupt nützlich ist wenn man so will aber bist du dann Soziologe wenn du das in Frage stellst und nicht Philosoph das kommt drauf an wie ich meine Frage formuliere aber du wolltest mich um was bitten ja ich wollte dich bitten fragst du den Diego mal ob der über seine Offenbarung zur Soziologie berichtet damit wir das nicht jetzt kurz ich möchte kurz mal resümieren wir haben ja jetzt einiges du wolltest den Diego noch was fragen wir haben ja jetzt einiges wir haben jetzt einiges an Erklärungen was Soziologie alles sein könnte und worum es bei Soziologie geht haben wir jetzt aufgezählt deswegen haben wir Diego praktisch die Möglichkeit ergeben sich aus diesem reichen Fundus wenn er sich wenn er sich offenbart etwas auszusuchen denn wenn er sich jetzt offenbart und das konnten wir bei unseren Begründungen schon gar nicht überprüfen ob unsere Begründungen jetzt wirklich Begründungen sind die zu unserem Soziologiestudium geführt haben und unser Interesse an der Soziologie oder einfach nur sich anboten um sie per Podcast zu äußern das können wir aber Diego auch nicht überprüfen und deswegen hat er jetzt einen großen Fundus und kann sich was aussuchen oder vielleicht stimmt seine wahre Erleuchtung mit einem aus diesem Fundus herbei oder er bringt noch etwas zusätzliches Spielsitzes Respekt Respekt ich ziehe meinen Hut vor dieser Überleitung wir wissen schon warum wir dich hier an die Wortführerschaft gebracht haben das meine ich jetzt ganz ernst das meine ich voller Bewunderung man merkt dass du aus dem Radio kommst wollte ich nur erwähnen also das ist jetzt nicht ironisch gemeint das fand ich die Beteuerung dass etwas nicht ironisch gemeint ist ja aber das das Problem ist ja beim Hinterfragen wenn du anfängst nicht nur die Gesellschaft zu hinterfragen ein Soziologe sondern noch dein das Gesagte des Anderen und dein Ereignis zu hinterfragen dann wirst du auch kommunikativ völlig ineffizient oder ja also für den Podcast ich möchte diese Ineffizienz jetzt hier blockieren und Jego nach seiner Erleuchtung praktisch final sagen ja also ich glaube dass es ein also genau genommen ein neuer Aspekt ist der allerdings zu einer Theorie gehört die jetzt schon relativ ausführlich besprochen worden ist oder die zumindest relativ viel Raum eingenommen hat also ausführlich besprochen haben wir ja so gesehen gar keine Theorie heute dafür reicht ja auch die Zeit nicht aber was meine Erleuchtung ist auch so ähnlich wie bei euch wenn ich das jetzt bei euch richtig verstanden habe im Grunde aber wir haben nein, 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 nein so ähnlich wie bei euch erst im Zuge der Auseinandersetzung mit Soziologie entstanden also da sehe ich sozusagen die Parallele das ist jetzt nicht so wahr dass ich irgendwann in meiner Kindheit oder Jugend als Teenager irgendwie mir eine Frage gestellt habe die dann dazu geführt hat oh ja diese Frage um der nachgehen zu können dafür muss ich Soziologie studieren bei mir war es im Grunde auch so dass ich erst in der Beschäftigung durch die Beschäftigung mit Soziologie dann gemerkt habe wow das ist wirklich etwas da möchte ich jetzt erstmal dabei bleiben und dem weiter nachgehen und was was mich sozusagen nachhaltig erschüttert hat und an dieses Fach und diese Art zu denken gebunden hat war die mögliche Wahrnehmung des Sozialen als etwas das eher unwahrscheinlich ist und insofern dass wir ja von Luhmann ja kennen also die die Unwahrscheinlichkeit des Gelingens von Interaktion von Kommunikation von sozialen Kontexten das war etwas was mich wirklich dann das war auch ja wenn man so will so etwas wie ein zweiter Blick auf das was mir so so vertraut und so selbstverständlich vorkam wo ich dann mit einmal dachte ja klar natürlich wieso klappt es denn überhaupt also wo steht geschrieben dass es klappen soll wo doch eigentlich viel mehr dafür spricht dass es nicht klappt weil es ja so viele verschiedene Möglichkeiten das der der von von Interaktion von Reaktion auch auf bestimmte ja Handlungsoptionen oder Offerten oder wie auch immer es gibt ja sozusagen irgendjemand macht am Mikro ich nee ich habe nicht rum ich habe okay unterm Tisch wummelt jemand rum okay gut auf jeden Fall das war das was mich wirklich sehr beeindruckt hat weil ich auf einmal etwas nochmal ganz also weil ich das Gefühl hatte ich muss etwas was 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 für mich sehr selbstverständlich war revidieren und und nochmal komplett mir komplett neu anschauen und auf einmal auf einmal stellte sich das dann auch wirklich als als Frage da wieso wieso es eben stabile soziale Kontexte gibt wieso gibt es Erwartungs 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 Geflechte die stabil bleiben über die Zeit und die ja auch je nach Situation je nach Kontext ja auch sehr unterschiedlich sein können was hält sie denn stabil diese Erwartungs Erwartung Geflechte zwischen zwei oder mehr Entitäten die halt eben dann den sozialen Raum ja konstituieren durch durch das Stabilhalten eben dieser Erwartungs Erwartung und das das also da öffnet sich auf einmal eine 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 Riesentür ein riesiges Tor zu ganz vielen neuen Fragen die die ich mir vorher nicht gestellt habe die ich aber dann mit Anschlag sozusagen als unglaublich relevant wahrgenommen habe aber das ist das das ist auch erst irgendwann gegen Ende des Grundstudiums passiert also ich habe erst mal eine ganze Weile vor mich hin studiert und ich habe ja auch anders angefangen mit Philosophie angefangen und das war allerdings dann für mich zumindest schon zu sehr weit weg und ich hatte Soziologie im Nebenfach auch eher so mehr oder weniger weil das gerade so gut gepasst hat ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Umstände erinnern aber das war so das was ich sozusagen wo ich mich so quasi leicht einschreiben konnte als Nebenfach und das fand ich aber halt irgendwie so ganz gut und naja und nach und nach habe ich dann im Grunde dann geswitcht und dann irgendwann ist Soziologie zum Hauptfach geworden und Philosophie dann das Nebenfach Also ich habe ja Psychologie als Nebenfach gehabt und habe mich von dem irgendwie innerlich völlig verabschieden müssen also ich finde das auf einer gewissen Ebene wird es dann in der Herangehensweise fast gar nicht mehr vereinbar ich hatte das Gefühl ich muss mich dann entscheiden für einen Blick auf die Welt um was richtig machen zu können sehr nützlich ist es in gewisser Weise auch für Soziologen wenn du jetzt wie ich den Schwerpunkt hat ist auf Statistik und empirische Sozialforschung weil man ja Fragebögen konstruieren muss und die sind ja also da muss man schon psychologisch auch rangehen ob die Leute dann auch wirklich das verstehen was man da drauf schreibt und so aber es waren auch von der Studentenschaft unterschiedliche Herangehensweisen die zum Streit führten wir hatten ja Psychologen die hatten Nebenfach Soziologie und wir hatten Soziologen wie mich die Nebenfach Psychologie hatten und der Haupt Unterschied war der dass Psychologen in ihrem Studium etwas vorgesetzt bekommen was sie lernen also richtig auswendig lernen was ja in der Soziologie nicht so dominant ist also richtig lernen wo das Gehirn sitzt im Kopf und und wie die Wahrnehmung so funktioniert und solche Sachen und dann auf Basis dieses Erlernten beginnt zu diskutieren und bei den Soziologen war es so die diskutierten zuerst und dann irgendwann fingen sie an zu lernen und das ist jetzt nicht nur von mir erzählt das habe ich dann mal mit einer Professorin besprochen und die hat dieselbe Wahrnehmung gehabt die hat nämlich beide unterrichtet das fand ich deshalb sehr witzig oder interessant weil also weil jetzt die Frage ist ist also ich bin nicht so gut im Auswendig Lernen und fand das halt so klasse in der Soziologie dass man da halt keine Merksätze so vorgesetzt bekommt wie beispielsweise in der BWL oder so ich weiß von einem Kommilitonen der hat gesagt er kann vorher sagen welche Note er kriegt das hängt davon ab wie viel von dem Buch er auswendig kennt und wenn er 75 Prozent der Merksätze auswendig kennt dann wird er wahrscheinlich auch eine zwei oder eine drei oder so kriegen das konntest in der Soziologie nicht du wusstest nie mit was für Ideen die Professoren auf dich zukamen ja die Fakten also das ist ja die Frage was ist also was ist der Fakt also Fakten sind ja keine Fakt ist ist ja nicht fest Fakten stehen ja auch auch historisch zur Disposition irgendwie die verändern sich gerne mal was mal Fakt war wird wie sagt man defaktiert aber keine Ahnung keine Ahnung ich habe defaktiert das lassen wir uns patentieren falls es das nicht gibt da draußen Leute es gehört uns 10 Cent an den so wie Stammtisch falls es jemand benutzt aber aber ja und also ich kann ich kann auch ganz furchtbar schlecht auswendig lernen vielleicht weil er das einfach nicht geübt haben während des Studiums kann sein kann ich konnte ich auch schon während meiner Schulzeit nicht deswegen war ich immer ganz schlecht in Fremdsprachen weil ich konnte mir keine Vokabeln merken konnte ich nie aber aber ich finde man sieht zwischen den drei Geschichten kann man eine Gemeinsamkeit erkennen und zwar war es doch bei uns allen dreien so dass wir sind doch alle drei nicht mit einer konkreten Vorstellung an die Soziologie gegangen mit einer konkreten Frage oder einem Traum den man so in dieses Soziologiestudium gibt wobei ich habe in meinem Bachelorstudiengang habe ich der der nannte sich Social Science also Sozialwissenschaft nur Englisch aber praktisch war es Soziologie und Politik also beides zusammen aber aber das aber dieses dieses Hinkommen zur Soziologie gründete sich doch auch bei uns allen dann irgendwie in so einer in einer diffusen Problemlage die irgendwie die nicht benannt werden konnte die irgendwie empfunden aber da war und auf auf die es auf einmal Antworten gab also da möchte ich noch mal was ergänzen zu meinem Werdegang weil das was du jetzt gesagt das stimmt total das kam bei meiner Erklärung vielleicht bisschen zu kurz denn ich habe ja gesagt ich wollte eigentlich irgendwie was Politikwissenschaften oder so wollte ich anfangen oder Psychologie ich habe vor dem Studium auch schon ganz viele sozialwissenschaftliche Fragen mir gestellt von denen ich aber gar nicht wusste dass sie das sind und ich glaube jetzt wo du sagst mir das so konstruieren zu können dass ich diese Antworten gefunden habe ohne zu wissen dass das Antworten waren also ich habe zum Beispiel bei Luhmann total gern reingelesen ich habe ihn nicht verstanden aber er hat mir viele Fragen beantwortet und ich kann nicht näher erklären wieso also das klingt jetzt absurd also ich bin auch mit Fragen an die Welt reingegangen und ich glaube halt die Soziologie ist eine bestimmte ist ein bestimmter Blick und jetzt ist halt die Frage kann man sich dem öffnen überhaupt diesen Blick kann sich den jeder öffnen weil ich kenne halt ganz viele die wie den Herrn Bartoschek das klingt so abwertend das ist ein total intelligenter Mensch ist auch in der Vereinigung der skeptischen Denker wobei ich nicht glaube dass da nur intelligente Menschen drin sein müssen ja Intelligenz ist ja auch so eine Sache du weißt wie Intelligenz definiert ist das was ich von ihm kenne er ist bösartig ja aber er hat seinen eigenen Standpunkt überprüfende Art und Weise mit wissenschaftlichen Fragen umzugehen und das ist ja eben das was wir für uns in Anspruch nehmen aber er will die Soziologie dafür nicht haben und deshalb frage ich mich woran liegt dass ich manche diesen Blick nicht öffnen können aber das ist vielleicht eher dann wieder eine psychologische Frage und keine soziologische ich denke ich denke wenn ich dazu mal meine Gedanken äußern darf also dass es vielleicht gerade diese Verbindung zur Soziologie ist vielleicht nicht dass sie unbedingt eben weil sie keine festen Antworten liefert sondern bestimmten Blickwinkel aber man sich nicht mehr mit diesen Problemlagen alleingelassen fühlt sondern man entdeckt es gibt andere die auch diese Probleme sehen und man ist in der Problemwahrnehmung du meinst das ist nur so ein Selbsthilfe wenn man böse sein wollte nein aber so ein Selbsthilfe Verein und es ist gar nicht das Thema dann was einen beruhigt sondern das Aufgehobensein in ebenfalls beunruhigten Leuten genau also weil es zusammen beunruhigt das macht es einfacher aber das ist auch vielleicht der Punkt dieses warum sich nein das lehne ich ab das möchte ich nicht als meine wissenschaftliche Grundlage und Grundmotivation Lass mich kurz diesen Punkt noch zu Ende machen dass wo auch dieses Problem dann herkommt was vielleicht Menschen mit der Soziogie haben weil es dann auch wenn man sich diese Problemlagen anschaut und sich mit ihnen auseinandersetzt dass das auch zur Erschütterung des Selbstbildes führt das ja das ja total das ja da habe ich auch von vielen das gehört dass die wenn die es wirklich ernst genommen haben ihr Selbstbild und ihr Blick auf die Welt natürlich aber vor allem auch ihr Selbstbild erschüttert wurde das 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 ist das ist eine Nebenwirkung von Soziologie genau und ich würde jetzt da jetzt ganz ganz aus einer aus einer Intuition heraus würde ich vielleicht da einen Grund sehen warum warum Menschen Probleme mit dieser mit dieser mit diesem Umgang mit Welt haben warum haben diese Probleme die Psychologen nicht ich würde das dann vielleicht auch wieder dem Gegenstandsbereich zuordnen weil auch in der Psychologie kann man sich aus dem Gegenstandsbereich herausziehen der Gegenstand sind Einzelpsychen und ich kann einer Einzelpsyche als Beobachter gegenüber auftreten das kann ich bei sozialen Zusammenhängen nicht ich bin in sozialen Zusammenhängen ich beobachte aus sozialen Zusammenhängen sie laufen immer mit wenn ich beobachte und sind immer Teil dessen was ich beobachte Der Soziologe Norbert Elias der hat ja gesagt wir sollen das mal lassen mit Gesellschaft und Individuum das so getrennt zu sehen sondern eigentlich ist das eine Figuration ein ein Geflecht das nicht auftrennbar ist und das heißt dass du für dich feststellen musst dass du Teil der Gesellschaft bist nicht in dem Sinne ich bin das Individuum und will nicht nivelliert werden und die Gesellschaft da draußen sondern du bist das nimm zum Beispiel die Schule wenn du wenn du privat davon redest von Schule gibt es meine Schule meine Stadt und wenn die Wissenschaft davon redet dann wird es plötzlich eine Schule sie untersucht eine Schule losgelöst von dem einzelnen Individuum und er sagt das ist völlig falsch ist natürlich eine Linie wieder in der Soziologie es gibt da auch ganz viele andere und wenn ich mich begreife wirklich als Teil der Gesellschaft dann gehe ich ja als Individuum verloren für mich ich brauche ein ganzes Leben um mich als Individuum zu konstruieren und dann wird es mir in der Soziologie wieder werde ich total dekonstruiert dann sehe ich ich bin ja eigentlich nur viele viele irgendwelche Funktionen für soziale Prozesse oder so ich kann mich als Soziologe tatsächlich nicht wirklich rausnehmen wir sind gefangen ja ich habe ich würde jetzt ich würde das jetzt sozusagen als Anlass nehmen um mich zu verabschieden wir sind zwar gefangen aber nicht im Podcast also vielleicht sind wir jetzt durch diese durch diese durch diese ganzen Themen durch die wir im Prinzip ja im Eiltempo marschiert sind von Einzelsoziologen hin zu 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 einem dass es nicht um einen Gegenstand geht sondern um eine eine Art einen Gegenstand zu erschaffen um einen Diskurs um eine Selbstkasteiung eine Selbstbeschreibung eine eine Gefangennahme des Selbst und dann die anschließende Therapierung von den von den von den Folgen dieser ganzen dieser ganzen merkwürdigen Blickwinkel die man dann auch anfängt auf die auf die Welt zu werfen haben wir glaube ich für hinreichend Verwirrung gesorgt in Bezug auf den Gegenstand was jetzt werden die Leute schon wieder laut hier eigentlich sein könnte und vielleicht ist das auch genau der richtige Punkt mit mit denen wir dann aber auch die Leute dann praktisch jetzt zu Hause alleine lassen die die das ist doch wie bei filmen wenn wir jetzt eine erklärung büten das wäre wie ein happy end aber ich persönlich ich fühle mich wenn ein film daher kommt und mir dann einfach dieses standard happy end am ende vorwirft fühle ich mich als zuschauer immer verarscht ich hätte ein schönes abschlusswort aber das will ich dir ja nicht wegnehmen aber ich habe ein cooles zitat ich würde sagen dass wir uns von formal ja gar nicht einschränken lassen und deswegen deswegen zitiere okay zitiere wie du wie du noch nie zitiert hast ich zitiere und zwar sagte Habermas zu Luhmanns Theorie anerkennend alles falsch aber hat Qualität das können wir ja auch auf uns beziehen hier absolut absolut ist er nicht ja dann wollen wir diese diese Worte jetzt einfach so stehen lassen um um jetzt um jetzt das Signal zu geben verabschiede ich uns zur nächsten Folge die dann in gleicher Besetzung in anderer Besetzung in einer Besetzung wie sie auch ausfallen mag ist vielleicht ein cooler Cliffhanger Cliffhanger auf Wiedersehen Tschüss Tschüssi mit l bis zum nächsten bis zum nächsten Untertitelung. BR 2018